Was geht ab, mein Community? Ich hab heute eine Challenge für euch. Ihr dürft dieses Video nur liken, wenn euer Name mit dem Anfangsbuchstaben A, B, I oder O anfängt. Und alle anderen müssen abonnieren. Schreibt unten in die Kommentare, mit welchem Anfangsbuchstaben euer Name anfängt. Und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren und kein Video mehr zu verpassen. Kuss geht raus. Was geht ab, mein Community? Heute zu einem Video mit Arda. Der heftigste Fotoläschüter der Welt. Sein Lieblingsformat wieder, ein Kill gleich Köfteschpies. Und zwar von Hatas Havalgrill. Wir werden gleich nach Bonn fahren, Leute. Und pro Kill den Arda schafft, bekommt ihr einen Köfteschpies. Mal schauen, wie viele Kills der Arda schafft. Und mal schauen, ob der Köfteschpies überhaupt so lecker ist, wie alle es behaupten. Und wie Baba der schmeckt. Ich kann es eh nicht essen, ich bin Vegetarier. Aber ich kaufe mir einfach einen vegetarischen Köfteschpies. Ohne Köfte. Wir sehen uns direkt in der Runde. Arda ist komplett verreckt geworden. Der spielt Solo vs. Quad, Bruder. Der so, ah, will, wenn wir schon eine Challenge machen, da will ich ganz viele Kills holen. Ah, Digga, das ist doch sowieso einfach. Tja, ha, ha. Alles Bots, Digga, alle weg. Brrrr, Digga, der will mich pleite machen. Ich weiß nicht mal, wie viel ein Köfteschpies bei Hatas kostet. Ich hoffe, der kostet 5 Euro. Boah, am Ende kostet der so voll teuer. Oh, Bruder, ich gehe pleite an, wie in jeder Challenge. Ey, die letzte Challenge hat mich schon komplett pleite gemacht. Ein Kill gleich 1000 V-Bucks, Bro. Ja, ich sag dir. Cheers. Sein Konto-Stand ist Zero El Meru. Zero El Meru. Belech, belech. Okay, bei mir ist der ein Gegner. Okay, über ihm. Oder neben ihm. Rechts, links, keine Ahnung, sind überall Gegner, Digga. Der erste Kill, oh mein Gott. Brr, der war so, der war so schlecht, Mann. Dritter Kill, Mann. Hä? Ey, du 31er, die Gegner sind hier voll schlecht. Nein, stimmt gar nicht. Das zählt nicht. Hä? Nein, Mann. Du kleiner Golan, du hast schon drei Käpte-Spieße. Tja, wenn der jetzt ein 20-Bomb raushaut, ne? Dann warst du es komplett. Willst du mich verarschen? Ja. Was ist das für eine Lobby, Olive? Der zerstört in die komplette Lobby einfach mal so. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, was ist das für eine Lobby? Was ist die Käpte-Spieße? Willst du mich verarschen, Digga? Was macht der? Ja. Hä? Das zählt nicht, Mann. Oh, Mann. Nein. Oh mein Gott, Leute. Easy, Alter. Alles hier botzt, Digga. Ich blieb jetzt immer so, du wirst es gut, Leute. Ach, geht's, Digga, acht Köfteinspieße. Äh, acht Köfteinspieße in zwei Minuten. Willst du mich verarschen, oder? Easy, Digga. Alles Bots, Bots, hier, alle Bots. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich geh pleite. Was geht ab, Lahn, Digga? Es leben noch 50 Gegner. Pleite, Lahn. Weil ich so krass bin. Digga, was war mit den Gegnern los? Ja, easy, Digga, easy. Du wolltest jetzt nicht so reden, weil du Angst hast. Ey, nein. Die waren komplett aus einem anderen Planeten, Mann. Ich sag dir ehrlich, Digga, acht Köfteinspieße, das bockt sich. Wurde acht Köfteinspieße, bockt sich auch nochmal. Aber du schaffst die gar nicht alleine zu essen. Das ist mir egal, ich werd die meinen Kollegen geben. Ich ruf die auch noch wollen, easy, Alter. Hä? Was laberst du? Was macht ihr da? Wer ist alleine? Was? Hilfe, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind Schwitzer, Digga. Oh mein Gott. Jetzt kommen die richtigen Gegner. Ja, Selemi. Jetzt fängt er an zu schwitzen, der Arda. Ah. Was? Oh mein Gott, Arda hat sich rausgerettet. Oh mein Gott. Es wird ernst, Leute. Oh mein Gott, was ein Lack. Es wird ehrenlos. Es wird ehrenlos, Leute. Arda findet sogar ein Biggie. Der kleine Obsterkopf hat mich fast geholt, aber da... Hahaha. Wallahi. Wallahi, Bruder. Wallahi, sag einfach nur die Hübschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Stabiler Lutlan. Der checkt es nicht. Der checkt es nicht. Die checken es nicht. Das sind zwei Gegner. Laufen wir den so vorbei. Haha. Laufen wir ganz langsam vorbei. Der kommt jetzt da raus. Der kommt da raus. Das wird ein Freakill. Was? Der ist nicht direkt gestorben? Ja. Oh mein Gott, was? Wie viel schluckt der, Digga? Okay, okay. Es wird ehrenlos, Leute. Neuen Köp, der spielst du. Und? Der zehnte? Der elfte? Alles nur Bots, Digga. Ich bin so krass in dem Spiel. Ich bin so gut, Digga. Bruder, elf Stück, ey. Elfte Spieße, Alter. Elf Stück, Bruder. Elf. Es leben noch 19 Gegner. Elf. Schick. Auf meinen Nacken. Guck dir. Der will mich komplett hochnehmen, Mann. Mein Gott, Digga. Elf Köp, der Spieße. Zwei Leute. Drei Leute. Oh mein Gott. Wie sind das vier? Ja. Ey, die bewegen sich wie Bots. Ja, das ist... Die bewegen sich wie Bots. Was? Okay, 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 okay. Die Zone kommt, die Zone kommt. Okay. Okay. Ja, der hat den Grippler. Ha! Ja. Über die und links Gegner. Okay, Mann. Die haben Rocket Launcher. Oh mein Gott, die aber schwitzt. Okay, die sind schon ein bisschen scheiße, aber... Die können mir... Ey, das... Das ist ein Squad, Digga. Du kannst alle holen. Oh mein Gott, da verreiche ich es jetzt. Ey. Was? Verdammt, die Scheiße, Mann. Da ist er drin, da ist er drin. Da, genau da unten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, Bruder, käfft die Spieße. Zür, käfft die Spieße. Nein, Bruder, ich werde noch mehrere holen. Vertrau mir. Es liegen nur elf Gegner. Oh mein Gott, die Ehre muss ich spielen. Jetzt sind da Schwierigkeiten, Mann. Ja! Hoffentlich, Digga, ich bin so gut. Ich brauche keine Schwierigkeiten. Wo sind die Gegner, Ollen? Was? Er wurde einfach geheilt, Digga. Er wurde einfach geheilt. Ja! Oh mein Gott. Arna hat so wenig HP. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde, Arna? Was ist das für eine Runde? Oh mein Gott, wie Arna schwitzt. Ah! Nein, Arna stirbt. Nein, ich bin Flopper. Harp, harp, mein Sohn. Was? Der ist in der Zunge gestorben? Oh mein Gott, was hast du für einen Lack, Mann? Ja! Ja, Digga. Ah! Was? Was ist das für eine Runde? Oh, wipps, Digga. 13 Kills, Bro. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Es wird ehrenlos, Leute. Es wird ehrenlos. Die Runde ist noch nicht zu Ende. Sieben Gegner. Wenn Arna jetzt alle holt, dann ist es eine 20 Bomb. Äh, 20. Können wir den schmissen, Bro. Da hinten ist ein... Lootjob, Lootjob. Lootjob. Aber warte. Mal gucken, ob der dumm ist oder ob der schlau ist. Der hat einen Grappler. Boah, den brauchst du. Der will zu dir, der will zu dir. Komm, wenn dein Mann bist, komm. Mach dir den Mund zu, wenn du redest. Wolle, du stinkst. Komm her, Laura. Okay, der ist komplett überfordert, der Gegner. Oder doch nicht? Oh, er kann auch bauen. Oh, Ardo und Flex. Oh. Er hat Angst vor mir, der kleine Pisser. Der hat echt Angst. Oh mein Gott, was? Was? Wie hast du den geholt? Shit on. Oh. Latschen. 14 Käpt'n spießt, Bro. Verblips, Digga. Ich geh pleite. Aber anders, Digga. Das ist ein Squad noch. Ein Squad, Bro. Jetzt erschönen die... Oh, wo sind die, Digga? Ey, das zählt nicht, Arda. Was? Das zählt nicht. Nö, Digga, ich hab wirklich nicht. Hä? Ja, das sind Bots. Das sind alles Bots. Nein, ey, Arda, das zählt nicht. Ich kämpfe nach mir die Kammer. Bam. Erst weiß, let's go. Bots. Bots. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bots. Ey, stirb mal, Junge. Ich klappe die. 14 Käpt'n spießt, reicht doch. Nein, Bruder. Oha, war das so viel Hunger oder was? Nam, nam, nam. Ein Gegner noch. Nur noch einer. Komm her, Mann. Bam. Was? Wow. Wow. Yeah. Latschen. Oh, yeah. 70 Kids. Oh, yeah. Du bist pleite. Oh, Leute. Ich bin krass. Solo versus Squad. Das ist easy. Das war nur Bots. 17 Immobilienerungen. Auf meinen Nacken. Ich muss fett kacken. Aber erst mal Käpt'n spießt. Er hat 17 Kills gemacht, Mann. Alles nur Bots, Digga. Easy, Alter. 17 Käpt'n spießt. Brr. Easy, das war's mit dem Video. Okay, wir gehen jetzt noch kurz zur Hatta. Wir gehen uns die Käpt'n spießen. Wir sehen uns direkt. Okay, Leute. Wir sehen uns direkt bei Hawards Grill. Bei Hatta. Bei den Käpt'n spießen. Hahaha. Badega, badega, bade, bade. Hahaha. Okay, Freunde. Der offizielle Käpt'n spießtest. Oh, warum ist direkt alles raus? Moritz. Du hungriger. Hau rein. Eier dann frisch gezapft. Wie schmeckt's? Zu wild. Freunde, ihr fragt euch jetzt bestimmt, Buri, wo sind die restlichen Käpt'n spieße? Ihr seht, die Schlange war rappelvoll. Wir haben sehr lange gewartet, bis wir drankamen. Wir kamen auch erst sehr später an, um 9.30 Uhr. Arda und ich hatten Zeitdruck, weil Arda nach Hause musste, weil es zu spät wurde. Und wir haben es leider nicht geschafft, 17 Käpt'n spieße zu bestellen, weil da noch so eine riesige Schlange war. Wir hätten mehr als eine Stunde warten müssen. Deswegen hab ich gesagt, Arda, ich geb dir ein Fufi, bist du damit glücklich? Und der war mehr als glücklich. Und keine Ahnung, was Arda damit gemacht hat. Ich glaub, der hätt schon ein Horrorspiel oder so gekauft und ist mit seinen Freunden Pizza essen gegangen. Und ja, Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Checkt auf jeden Fall mein TikTok ab. Das Video hab ich hochgeladen vor zwei Wochen. Er ist jetzt geschafft zu schneiden. Deswegen, schreibt mich in die Kommentare, das ist ein altes Gameplan oder altes Video. Ach ja, checkt unbedingt Arda ab. Neben meinem Kopf kommt ihr zu seinem YouTube-Kanal. Schaut auch ebenfalls meine anderen Videos. Wir sehen uns morgen um 13.30 Uhr. Haut rein und schaut rein. Euer Buri. Ciao.